Ja, schönen Abend. Wie schon gesagt, bin ich zweifelig über 50 Jahre, spielen wir heute alle, deswegen habt ihr das 6-Stück-Programm. Ja, am nächsten Lied geht es direkt um Leipzig und generell eigentlich auch um alle Städte. Darum, ja, dass die Leute eigentlich immer sagen, wir machen was und am nächsten Tag ist alles ganz anders. Die ganze Heuchelei, das Lied heißt so, aber die Leute, die geht so. Und Leipzig zeigt nur am Schluss, ja, Leipzig nach alle. Und der ganzen Welt so zeigen, wie will man hier nicht werden. Dann kommen dann auch die Kommis und zeigen ihr Gesicht. Die Faust und Kampf erhoben, ändern sie dann nichts. Und alle uns nur gut und alle nicken mit. Und drei Straßen weiter schubt ein Mensch durchs Entritt. Denn leipzig ist ab der Arbeit, das ist das erste Mal. Wir haben ja was zu sagen, das muss man ja auch hören. Nur ein paar von diesen Säcken versuchen das zu hören. Und alle können zählen, diese linken Chaoten. Die wollen doch nur Krawall und so wachsen und verboten. Und alle umzu und alle denken mit. Und drei Straßen weiter schubt ein Mensch durch der Tritt. Das ist egal welchen Stand, das ist egal welcher Tag. Es gibt oft auch so viel, was man hier ja macht. Wir beiden sind so woanders, bei uns gibt's sowas nicht. Und alle hören zu und alle denken mit. Und drei Straßen weiter schubt ein Mensch durch der Tritt. Und alle hören zu und alle denken mit. Und alle hören zu und alle tänker mit. Und alle hören zu und alle neigen Stund passé. Ich bin ein Schauspieler, ich bin ein Schauspieler, ich bin ein Schauspieler.